hier leute was geht und es geht weiter hier mehr neue neuen folge von let's play assassin's creed 2 mit mir den pirates hier machen weiter wir sind immer noch hier und der wiegt sie müssen jetzt hallo und müssen jetzt ja die hauptkurs weitermachen wir haben uns das haupt ist dass die die an der einen kotter abgeschossen als ob du hast du man da man kann echt nur da abziehen wo die wachen das nicht sehen aber witzig dass die wachen dass die wachen und ich merken so okay wenn es abzieht dann ist er das wohl naja bei solchen freunden jacob de pasi bis zum themen helfen folgen und dann eliminieren wenn ich mich nur lange genug beherrschen führt er mich zu seinen templer brüdern ich werde mehr namen auf der liste haben ich bin im geheimen auftrag unterwegs mehr templernamen finde ich gar nicht mal so übel was geht hier vor sind sie zu spät mich haben sie nicht gesehen so viel weiß ich wie wenn ich mich zu spät e und hier kann und kann ich weitergehen also keine messerchen in dieser gruppe ist er nicht was haben wir diesmal verbrochen ich weiß nicht was er was er jetzt okay da geht jetzt lang was planst du mit den anderen jacob das werden wir euch herausfinden schön vorsichtig genau noch mal dran die gehörte möchte zu gehen wieder aus einem weges genau gut dass er einfach nur so ein bodyguard ist oder ja oder oder die haben irgendwie treffen geändert da geht er bestimmt rein oder ja es gibt mich ganz oft bei den verfolgen müssen wenn man dann da eine blockade hat gut jetzt ja 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 es hat schon wirklich locker gut sicher sind pferd ich würde ganz gern weiter oben bleiben muss ich sagen aber momentan geht es ja sogar noch dein brief erwähnte venedig sind die templar auch dort was müssen wir seit wenn ihr dich das nicht auffällt ne ups so glücklich getroffen ja aber wenn ich wacke nicht gewinnt ne ähm ok wir sind auf jeden fall gleich da können auf jeden fall ins heuder springen aber das tue ich sogar so so richtige entscheidung so rechtliche entscheidung reicht das reicht für das bisschen weg nein nein ich hätte ich hatte dass ich an mister messer ausgerüstet ich weiß nicht erwähnte wenn ledig sind die templar auch da kaum war aufmeter kommen ich kann nämlich schon mal sprungbereit machen fällt auch nicht auf gar nicht mit der ich mit komische erscheinung ja wenn der legend hat alter wie soll ich das denn er lässt aber eben auch nicht gemacht und dumm geraten oder ein brief erwähnte benedig wenn den kontroport ein bisschen näher setzen können aber jetzt kann es noch mal machen ja ist auch total bescheuert weiß ich finde diese zeitvorgabe blöd warum habe ich jetzt 20 sekunden zeit weil ich nicht mehr sehe es ergibt überhaupt keinen sinn weil ich weiß ja wo der ist sind mir so angezeigt wo der ist also ich meine wenn er jetzt da lang läuft und darauf zu rettet mir das ende das sehe ich doch die ende das ende der mission ähm da muss er doch irgendwo da bleiben da kann ja nicht verschwinden der kerl aber nein das spiel hält sich immer wieder für oberschlau ich finde das ein bisschen übertrieben aber wenn es dann so auf unlogik basiert darauf als schwer ist weil wir eigentlich nur 20 sekunden zeit hat warum sind wir da lang sind wir da lang der läuft immer daran oh gott ja nie oder alter ja toll gemacht wirklich habe ich wie viele männer sind für meines vaters tod verantwortlich mehr als du dir vorstellen kannst joa alter es tut mir leid maestro ich tat alles was ich konnte doch der assassine ist zu stark anscheinend sonst wären die anderen mit dir hier ganz zu schweigen davon dass florenze den händen der medici bleibt das ist franceskos fehler seine ungeduld machte ihn unachtsam ich versuchte die stimme der vernunft wohl eher die stimme eines feiglings ihr habt gut reden sind ja barrigo hättet ihr uns gute waffen statt dieses mülls geschickt den ihr venezianer wagen nennt wir haben eurer familie vertraut und ihr entlohnt uns mit untätigkeit und inkompetenz und wenn ihr eure fehler erklären sollt habt ihr nur entschuldigungen und beleidigungen wie soll ich darauf reagieren ich weiß es nicht schon gut aber ich nein bitte nicht bitte nicht was ich kann das klären nur verschont mich nein so eine sauerei tut mir leid dass ich eure beute erledigt habe assassine habt ihr geglaubt ich würde nicht erwarten dass sie uns folgt dass ich es nicht plante wir spielen dieses spiel schon länger als ihr tötet ihn ich weiß ihr tut nur was euch befohlen wurde wenn ihr mich gehen lasst verschone ich eure leben hört euch den hört euch das nur an er hat oh god wow oh fuck tschüss wow aber wer hat mir die noch mal besiegt dieses stöhnen achso das ist der alte sack ok ich hab mir extra nicht schwer mit mir schaden gekauft ok k alter wie laut stöhnt der kerl ich bin schon Kilometer weit von dem weg oh Alter du kannst dich später heute auch nicht oh na ja weil er jetzt ja total logisch wenn er kann es nicht runter hopsen aufhören wir sagen dass es jetzt mit viel schaden ist ja nicht so gut nein hier mit zwei komme ich klar ja gut eliminieren ok gleich so gut stöhnen kann sehr gut danke für die arbeitsteilung stimmt so sehen wir es auch na kommt und jetzt zu dir bei solchen freunden da mache ich mir jetzt die mühe gemacht sequenz die sequenz 5 beendet aber sogar der meister hat uns unterschätzt republik florenz 1480 ja nice dann würde ich sagen beim nächsten mal geht es weiter hier mit let's play assassin street 2 ich danke auf jeden fall für zuschauen ich hoffe euch hat jetzt mal wieder spaß gemacht bis morgen um 18 uhr da mache ich mir jetzt die mühe wieder weiter damit ist jetzt ein street wir haben wieder 10.000 florenz in der villa nice wir sehen uns in der nächsten folge haut rein bis dann euer paris ciao 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 Vielen Dank.